Und da kommt nämlich jetzt keiner mehr hoch. Ihr Süßen. Ihr könnt's gerne versuchen. Da muss ich aber an die Zombie hier, ne? Okay. Das ist dann wohl kaputt. So, nee, Mist, ganz zu viel. Hallo? Hallo? Ah, da ist... Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Mano. Der hat mir doch die schöne Etage, die ich so schön gezaubert hab, kaputt. Mist. Da ist noch ein Zombie-Brain. Brain. Okay. Okay. Ich hab hier natürlich auch total gut ausgeleuchtet gehabt. Klappe! Klappe, Klappe, Klappe! Puh! Und du auch, Klappe. So, okay, alles ist gut. Ich muss mal ausleuchten. Ups. Nicht so viel ausleuchten. So, und dann hier wieder zumachen. Ach, guck mal. Ein Mini-Zombie mit Eisenschwert. Da werde ich ja fast neidisch. So, äh, äh, das hätten wir. Hä? What? Wo, wo, hä? Wie wurde ich denn jetzt getroffen? Okay. Ich mach das doch mal zu hier. Da kommen die auf jeden Fall nicht mehr durch. Und hier sollte ja alles sicher sein. Da ist ein bisschen dunkel. So. Wir haben zweimal Knochen. Das dürfte sechsmal Knochenmehl sein. Das... Ach, verdammt. Ich hab Hunger. Ah, rechte Maustaste. Gehen wir nicht auf den Nerv. Hä? Vergiftet? Ah, doch. Nach einer Ladung vergiftet das. Okay. Ich hoffe, wir regenerieren. Mit dem, was wir jetzt bisher haben. Ja, wir regenerieren ein bisschen. Das ist falsch. So, sechsmal Knochenmehl. Da drauf anwenden. Und nochmal. Du bist fertig. Du bist auch fertig. Du bist fertig. Ernten. Nö. Nö. Nur einmal, einmal, einmal. Einmal Samen. Ich krieg das kalte... Ach, verdammt. Das geht mir grad tierisch. Und der Apfel ist auch weg. Der hier grad noch lag. Na, super. Okay. Dann machen wir uns als erstes Mal ein Brötchen. So. Das können wir wenigstens jetzt. Und die... Kuh ist natürlich sofort rüber gelaufen. Ich... Boah. Alter, Alter. Wütend macht ihr mich alle. Ja, genau. Lauf doch runter. Ich hab das nur für dich gemacht. Und dich... Wollte ich auch direkt töten, oh Arsch. Ähm. So. Ich bin ein bisschen aggressiv gerade. Weil es hier grad nicht so klappt, wie ich das möchte gerne. Ähm. Ne, ist nicht schlimm. Wir haben jetzt ein neues Hühnchen bekommen. Wie ihr ja gerade gesehen habt. Äh. Das wurde uns gesponsert für unseren Erfolg. Ähm. Das verbrennen wir auch gleich mal, das Hühnchen. Ne. Und in die Kiste kommt schon mal dies rein. Und das auch. Und, ähm. Das Brot werden wir auch mal essen. Damit wir noch ein bisschen regenerieren. Die Samen, die wir grad noch bekommen haben, kommen auch direkt mal da hin. Wo kommt ihr denn her? Ach ja, klar. Da ist ja offen. Äh. Ja. Ne. Ihr lauft... Ach. Da ist jetzt natürlich nicht mehr offen. Ja. Ähm. So. Hier ist ja jetzt sowieso... Zum Zumachen, ne. Da soll ja eh keiner mehr durch. So. Machen wir das mal provisorisch. Halbwegs provisorisch. So. Das Blömschen brauchen wir auch nicht da. So. Jetzt kommt da schon mal keiner mehr durch. Und ich hab meine Ruhe. Jetzt können wir das so machen. Ähm. Okay. Das muss erstmal noch bleiben. Und dich können wir auch wegmachen. So dille. Soweit haben wir es geschafft. So. Einmal das. Ähm. Jetzt haben wir noch zweimal Knochenmehl. Jawohl. Und dreimal Samen kann wir da bekommen. Schön, schön. Äh. Jetzt müsste ich Halbstiefchen machen. Einmal. Ähm. So. Waaah. Äh. Äh. So. Das war zu viel. So. Äh. Bala. Jetzt können wir hier nämlich rüberlaufen. Ohne irgendwie hüpfen zu müssen. Oder zu springen oder so. So. Das kommt da rin. Und jetzt müssen wir den Baum da hinten oder so hinsetzen, damit die nicht mehr hier rüberlaufen können. Das ist tierisch gefährlich. Liebe Tiere. Das ist sehr gefährlich, was ihr hier treibt. Ihr ärgert mich nämlich. Ja, ich weiß, dass eine Höhle in der Nähe ist. Danke, Minecraft. So. Setzlinge haben wir ja genug, ne? Verschwinde. Geh bloß nicht da durch. So. Eigentlich haben wir echt genug, Setzlinge. Ich muss gar keine neuen Bäume mehr bauen, anpflanzen. Theoretisch. Ne. Wie bist du denn jetzt da reingekommen? Was? Wie ist das fucking Huhn da reingekommen? Wo ist das Huhn überhaupt? Ihr macht mich fertig, ey. Die machen mich ernsthaft fertig. Das ist Schikane. Wie ist das Huhn hier reingekommen? Ist das hier rübergeflogen oder was? Komm da raus. Och, jetzt ist es bestimmt weg. Und wir haben keinen Huhn mehr. Ah, guck mal. Da ist noch einmal Samen. Werde ich das blöde Vieh jetzt damit anlocken müssen oder was? Wo bist du? Wo bist du? Werde ich aggressiv bei, bei den blöden Hühnern. Wo bist du? Kommst du her? Kommst du zu Papa? Komm her. Wir müssen hier raus. Kommst du bitte? Es wird jetzt nicht mehr gespielt, Kevin. Soll kein Angriff gegen alle Kevins sein. Ihr wollt nicht immer nur spielen. So, kommst du raus. Kevin. Da nochmal. Es ist gerade echt eine düstere Musik hier. Moment. So. Ja, das ist besser. So. Ich mache mal hier kurz ein... Ja, genau so sollte das sein. So eine Art Erdwahl hin, damit ich hier mal gucken kann. Hallo. Ah, ein Apfel. Hä? Ach, hier unten. Einmal einen Huhn und nochmal einen Huhn. So gut, alles klar. Alle da, alles super. Also, ich brauche ein bisschen Erde. Ich will das nämlich da wieder auffüllen. Auffüllen. Ah, guck mal. So, das Schweinchen kriege ich da wahrscheinlich erst mal nicht rausgelockt. So. Ah, einmal Samen. Sehr schön. Haust du freiwillig ab, oder? Nö, offenbar nicht. So. Ja, die stellen sich da in die Löcher rein, ey. Wie zwei, drei, vier bekloppte Tiere. So. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir sind halbwegs sicher aus allen Lagen rausgekommen. Ich muss unten noch ein Steinschwert bauen. Hier werden wir erst mal Licht machen, so. So, wie sieht's aus? Hier ist alles gut. Ne. Moment, da ist was falsch. Das da. Zack. Und nochmal ein Steinschwert. Na. So. Ah, sehr gut. So. Oh. Lelala. So. Jetzt können wir mal gucken. Da ist nämlich wieder so ein Platscher hin. Ne? So ein Schleimo. Hallöchen. Sonst noch jemand da? Nein. Nur der Schleimi. Und ihr seid alle runtergefallen. Das finde ich gut. Ähm. Wir machen mal... diesen hier. Dann kann von unten nicht mehr so viel hochkommen. Der Creeper zum Beispiel nicht. Das ist schon mal gut. Hallöchen, ihr alle. Oh. Das ist ja richtig voll da unten, ne? Hm. Jawoll. Sprengt euch gegenseitig in den Tod. Äh. Ähm. Ich überlege gerade, wie wir die irgendwie ein bisschen kontrolliert kriegen da unten. Ähm. Wo kommt das Wasser durch? Da. Und dann... Okay. Eins, zwei, drei. Dort ungefähr. Oh, verdammt. Oh, verdammt. War genau richtig. Shit. So war es aber nicht geplant. So. Hä? Meine Güte. Hat sich ja gelohnt. Okay. Ähm. Hier. Da. Sehr gut. Äh. Ja, komm. Wir haben gerade ein bisschen... Nahrungs... Äh. ...Luxus. Und dann direkt vor der Truhe. Und da ist noch unsere Sicht... Uah, aua. Aua. So. Da ist... Ab da ist gefährlich. So. Na, komm. Geh weg. So. Jetzt muss ich wieder da aufmachen. Und dann können wir vielleicht wenigstens ein bisschen was wegspülen. So. Ach, guck mal an. Das nehmen wir schon mal mit. Das nehmen wir auch mit. Wir lassen uns nicht lumpen. So. La, 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 la. Ähm. Wie war das hier, ne? So, theoretisch müsste das ja jetzt einfach durchfließen. Bis nach unten. Das sieht schon mal gut aus, bisher. Und hier sieht das auch gut aus. Und da sind jetzt natürlich alle fort. Zack. So, alle weggeschwemmt. Gut. Du blöde Kackfledermaus darfst auch weggehen. So. Und das ist gefährlich, was ich da gebaut habe. Ähm. Ich lege mal wieder ein wenig was ab. Ne? Eisen. Eimer. Setzlinge. Zaun. Holz haben wir ganz viel. Schön. So. So. Creeperino schon mal halbwegs besiegt. Ich trau mich noch nicht so ganz, hier weiter runter zu gehen. Puh. Ach, guck an. Nix mehr in der Nähe. Und alles weggeschwemmt. Das war vielleicht echt eine gute Taktik hier. So. Ähm. Eins. Zwei. Das ist Deckel. Ab hier müssen wir dann die Seiten wegnehmen. Na, oh, da ist noch ein gefährlich. Ein gefährlicher Geselle. Schön immer ins Wasser, da darfst du auch explodieren. Bam. Und komm her. Komm, 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 komm. Bam. So. Äh. Oh, oh. Ho, 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 ho. Ähm. Okay. Okay, alles ist gut. Alles ist gut. Wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. So. Da ein Steinchen. So, was hab ich erhober? Dreimal Knochen. Haha. Und sieben Gunpowder. Wir sind reich. Ähm. Das nehm ich mit. Bring das nach oben. Oben, 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 oben. Sehr erfolgreich gewesen. Hier unsere Tour. Nach unten. Ach, guck mal, die nehmen wir auch mit. Die beiden einsamen Bröckchen. Und als nächstes steht dann quasi an, wieder die Etagen erweitern. Höp. Und höp. Oh, oh, ein Ei. Zack. So. Ähm. Das kommt in die Kiste. 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 Das. 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 Das andere Zeugs nicht. So. So. Knochenmehl. Eins. Zwei. Verdammt. Ich hab mal wieder durch meine rechte Maustast ein bisschen viel verbraucht, glaube ich. Aber nun gut. Man kann nicht alles haben. Wenigstens haben wir wieder ein bisschen was zum Anbauen. Und wir haben was für mindestens ein Brot. So. Liebe Kühe. Wo seid ihr?